Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Fritzbox Tutorial Video von mir. In diesem Video möchte ich euch gerne mal zeigen, wie ihr Rufnummern sperren könnt in der Fritzbox. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wir wählen uns natürlich in unsere Fixbox hinein und wenn wir da drin sind, dann gehen wir unter Telefonie und dann auf Rufbehandlung. Ihr seht auch schon hier, dass hier der erste Reiter hier oben steht, Ruf sperren. Wenn ihr da drauf klickt, dann rollt ihr ziemlich in die Mitte runter, steht dann hier unten Rufnummer hinzufügen. Da klickt ihr dann halt drauf und dann könnt ihr für die Rufnummer, die ihr sperren, mit einem Namen hier hinterlegen. Und dann könnt ihr die Rufnummer hier reintragen, ob das jetzt eine private Nummer ist oder mobil oder geschäft. Das drickt ihr hier einfach hinein und dann klickt ihr nur noch hier auf Übernehmen und dann seid ihr damit auch schon fertig. Und dann sollte die Nummer in diesem Bereich jetzt drin sein. Wo Ruf sperren für ankommende Anrufe steht, ist die Nummer jetzt hier drin. Hier könnt ihr sie natürlich auch wieder rauslöschen oder beziehungsweise nochmal bearbeiten. So, das war es auch schon von diesem Video. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Falls ja, dann gebt uns dem Video doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert meinen Kanal gerne. Und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf dem nächsten Mal, im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann und tschüss. Bis dann und tschüss.